Hallo everybody, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge Landscaping. Letzten Montag gab es keine Folge, dafür gibt es jetzt Donnerstag wieder eine. Und ich werde mich bemühen nächsten Montag auch wieder eine Folge rauszubringen. Ansonsten wieder Donnerstag. Überschlägt sich mit meinem Termin gerade alles etwas, ein wenig. Macht aber nichts. Kommen auch wieder ordentliche Zeiten. Wir hatten ja die Burg gebastelt und ein bisschen dekoriert und hier wieder Bäume gepflanzt. Und weiter dekoriert und wir werden auch noch weiter dekorieren und wir werden auch weiter dekoriert haben. Irgendwann. Ja, folgendes. Hier kommt ja die Zufahrt für den Stall hin. Und ich habe jetzt einfach mal festgelegt, wir werden hier eine Sackgasse machen. Sprich, wir werden das hier noch hier mit ranziehen. Wir werden das natürlich höhentechnisch auch angleichen. Und hier die Zufahrt, die werden wir noch ein bisschen geschwungener gestalten. Ja, also hier noch eine Kurve rein. Und dann machen wir hier zu und dann kommt hier auch alles voll mit Bäumen und Bäume. Wir brauchen Bäume. Wir brauchen unbedingt Bäume. Ja. Weil wir unbedingt Bäume brauchen, werden wir auch gleich mit den Bäumen beginnen. Auf los geht's nämlich los. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020